Ja, mal wieder ein kleines Update und zwar zur großen spannenden Frage Aktienverluste, Termingeschäfte und ähnliches im Bereich der 20k-Regelung. Also die Beschränkung auf 20.000 Verluste gegenrechenbar. Ja, aber was ist denn da überhaupt genau passiert und wie ist der Rechtsstand oder die Situation im Jahr 2023? Ja, man muss hier ganz klar sagen, wie ging es denn eigentlich los? Also, um das Ganze zu verstehen, muss man an der Stelle nochmal ein bisschen zurückgehen und sogar bis ins Jahr 2009 zurückgehen. Denn grundsätzlich, hier ist es erstmal so, seit 2009 greift ja damals aus der Unternehmenssteuerreform heraus, aus dem Jahr 2009 angewendet worden ist, dass Verluste zum Beispiel aus Aktien nicht mehr mit anderen Kapitaleinkünften verrechenbar sind. Also da gab es dann so eine Sonderregelung mit den ganzen vier Töpfen und das Ganze wurde dann im Jahr 2020 verschärft. Hier einmal durch die Aktienverlustbeschränkung auf 20.000 Euro und dann hier im Bereich der Termingeschäfte auf 2021 auch nochmal hier verschärft. Bedeutet an der Stelle, seit diesem Zeitpunkt 2020, 2021, auch schon davor, war es ja so, dass einige, sage ich mal, Gewinne und Verluste aus Aktien nicht mehr miteinander verrechenbar waren. Was dazu geführt hat, dass man ganz einfach hier theoretisch vielleicht betriebswirtschaftlich nicht mal einen Gewinn erwirtschaftet, aber darauf Steuern zahlen muss und umgekehrt im krassesten Fall sogar, sage ich mal, eine Million Euro Gewinne versteuern muss, obwohl man vielleicht nicht mal 10.000 Euro Gewinn hat. Ich habe da schon ein paar Videos dazu gemacht, wenn ihr die hier auf dem YouTube-Channel einfach mit, ja, sei mal Termingeschäfte, Steuern mit Kopf sucht, dann findet ihr die auch. Das sind wirklich sehr umfangreiche Berechnungsbeispiele und alles Mögliche dazu. Ganz wichtig zu verstehen und das ist es, warum ich auch dieses Video nochmal mache, weil da sehr, sehr viele Rückfragen auf YouTube, auf Instagram gekommen sind. Deswegen hier nochmal die genaue Erklärung. Es geht aktuell nicht, auch das ist ganz wichtig, komme ich später noch dazu, zum aktuellen Fall 2020, 2022, 2021 für Termingeschäfte und beziehungsweise Aktienverluste. Aber das Urteil, das von damals, also aus 2018 erwartet wird, könnte ja auch sich darauf auswirken. Denn zum Beispiel ein Thema steht nämlich hier in meinem Raum und zwar das war die Verrechnung von Verlusten aus Aktien mit anderen Kapitaleinkünften. Denn aktuell sind die ja damals auch nicht verrechenbar gewesen und sind nicht verrechenbar wie zum Beispiel ein Gewerbe mit deiner nicht selbstständigen Arbeit oder mit deinen V&V-Einkünften, wo ja so ein bisschen steuergestaltungsmäßig aktiv werden kann. Und das Verfahren ist dann zuerst bei dem FG gewesen, also bei dem Finanzgericht. Dann ist es zum Bundesfinanzhof gegangen. Der hat gesagt, ja, hier an der Stelle könnte es durchaus verfassungsrechtliche Bedenken geben und zwar mit Blick auf den Paragrafen 3 Absatz 1 des Grundgesetzes, ob das überhaupt miteinander vereinbar ist. Also wir sprechen hier wirklich über eine grundgesetzliche Thematik, die hier relevant wird. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was wird das Bundesverfassungsgericht am Ende hier entscheiden? Aktueller Rechtsstand ist im Großen und Ganzen so, es hat sich aktuell nichts geändert. Aber ganz wichtig ist, wie ist denn der Stand überhaupt? Ich habe hier jetzt auch nochmal recherchiert und nachgeschaut. Aktuell ist auch das Verfahren leider nicht unter den geplanten Verfahren 2023 mit dabei. Also es sind die Fälle, die das Verfassungsgericht vorziehen will. Ist einfach aktuell die Situation, aber es gibt trotzdem hier die ein oder anderen Möglichkeiten, wie man sich hier jetzt aktuell schützen kann. Also Punkt Nummer 1, es ist nicht unter den bevorzugten Verfahren 2023 mit dabei. Das heißt, kann sich natürlich noch ändern. Heißt aber auch ganz wichtig, dass es hier nicht trotzdem abgeschlossen wird. Denn es gibt in dem Zusammenhang ja immer wieder Gerüchte, unter anderem, wenn man sich natürlich auch hier mit Personen unterhält, die dem Verfahren sehr nahe sind, dann könnte es doch sein, dass es hier vielleicht sehr zeitnah ein Urteil gibt, weil hier grundsätzlich verfassungsrechtliche Bedenken an der Regelung gegeben sind. Was bedeutet in dem Zusammenhang? Es könnte hier weiterhin, wie es auch, sage ich mal, unsere Ansicht ist, ein positives Ende finden. Deswegen kommen wir jetzt hier ganz einfach mal, was wären denn die drei Szenarien, die eintreten können und was sind dann deine Reaktionsmöglichkeiten und was ist dann, wie gesagt, hier deine beste Option. Best Case, Good Case. Also Option Nummer 1, Bundesverfassungsgericht sagt, Verluste aus Kapitaleinkünften dürfen verrechnet werden. Vollständig. Wäre, sage ich mal, an der Stelle so, dass wirklich auch Aktien, ETFs, Termingeschäfte, komplett alles bunt gemischt verrechnet werden darf, wäre wirklich eine gute Lösung. Wäre meines Erachtens im Bereich des Paragrafen 20 ESTG eigentlich auch eine sinnvolle Lösung, weil man sagt, man hat hier alle Kapitaleinkünfte, die dann ganz einfach verrechnet werden dürfen. Gehen wir jetzt natürlich zum Worst Cares erst einmal noch dazu und das ist im Großen und Ganzen das. Das Bundesverfassungsgericht an dieser Stelle sagt, nein, es gibt an dieser Stelle keine verfassungsrechtlichen Bedenken und damit wäre alles wie bisher. Wäre, dass zum Beispiel hier bestimmte Kapitaleinkünfte nur miteinander verrechenbar sind und es diese Verlustbeschränkung eventuell auch weiterhin gibt. Denn an dieser Stelle muss man sagen, es könnte auch darauf aufbauend auf diesem Worst Case noch eine Entscheidung zum neuen Thema geben. Aber es gibt auch noch die dritte Option, die eventuell auch noch im Raum steht und das wäre im Grunde der Ultima Case. Und was wäre das? Das wäre, wenn das Bundesverfassungsgericht an dieser Stelle wirklich sagt, ja, aber diese komplette Thematik ist ja eigentlich an der Stelle gar nicht so zulässig und mit Blick darauf, dass man ganz einfach sagt, ja, alle Kapitaleinkünfte müssen mit allen anderen Einkünften verrechnet werden. Und das wäre durchaus, sag ich mal, der Ultima Case. Warum? Weil dann könntest du zum Beispiel, wenn du Verluste aus Aktien machst, diese mit deinen gewerblichen Einkünften, diese könntest du mit allem anderen verrechnen und hättest dadurch eine komplette Verrechenbarkeit über fast alle Einkunftsarten. Muss man ganz klar sagen, Fall 1 wäre gut. Davon gehen aktuell, wie gesagt, auch die Experten aus, die sagen, ja, also sie vermuten, dass diese Grenze sogar fällt und dann in der Folge auch die 20k-Regelung fällt. Ungut wäre, wie gesagt, Fall 2, wie gerade schon gesagt, das wäre dann alles bleibt, wie es ist, eventuell dann noch schlimmer, wenn es bestätigt wird. Fall 3 wäre natürlich der ultimative Traum, aber aktuell nicht ganz ausgeschlossen, aber auch nicht das, was ich sagen würde, was aktuell hier wirklich eintreten könnte. Was soll man aber jetzt am Ende tun? Ganz wichtig. Weiterhin gegen alle Bescheide, die mit den neuen Regelungen mit Verlusten in irgendwie Verbindung stehen, Einspruch einlegen. Wenn du da Unterstützung brauchst, gerne auch mal unten einfach auf www.siroc-steuerberatung.de gehen. Dort findest du an der Stelle auch ein, sag ich mal, relativ umfangreiches Infothema dazu. Plus zusätzlich kannst du uns direkt beauftragen, dass wir dich da unterstützen. Zweitens, ganz klar das Verfahren des Bundesverfassungsgerichts abwarten. Und an der Stelle natürlich im besten Fall auch die Steuern zahlen. Warum sage ich jetzt explizit auch die Steuern zahlen? Denn wir haben hier den Best Case. Also Best Case ist, du hast entweder, sei es eine 20k-Regelungsfall oder vielleicht Verluste aus Aktien, die du jetzt hier irgendwie verrechnet haben willst mit anderen Kapitaleinkünften. Dann gibst du die Steuerklemmen ab, legst Einspruch ein und zahlst die Steuern. Warum? Wenn du die Steuern gezahlt hast, dann sparst du dir hier auch an der Stelle die Aussetzungszinsen. Denn das Ganze wird im Großen und Ganzen verzinst. Bedeutet, du zahlst Zinsen darauf, wenn du deine Steuern nicht pünktlich zahlst. Und wenn es später an der Stelle zu dem Fall kommen sollte, dass das Bundesverfassungsgericht hier zu deinen Gunsten auch entscheidet, dann wäre es in der Situation, würdest du sowohl das Geld wieder bekommen plus zusätzlich, es würde sogar verzinst werden. Ist natürlich mit den 1,8% relativ wenig, aber besser als gar nichts. Und du musst keine Steuern draufzahlen. Und wenn du das zahlen kannst, wäre es aktuell die Empfehlung, um die Zinsläufe hier zu hemmen. Good Case wäre, du sagst, okay, ich bin finanziell nicht so gut aufgestellt. Dann heißt es auch wieder Steuererklärung abgeben, Einspruch einlegen, aber Steuern aussetzen lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der im Einspruch mit dabei sein muss. Und zwar die Aussetzung des im Großen und Ganzen der Steuerzahlung und der Verweise im Großen und Ganzen hier auch immer auf das Verfassungsgericht. Dann ist es so, die Steuer kann nicht gezahlt werden. Dementsprechend, wenn es der Good Case ist und so ausgeht, wie du es dir hoffst, und hast im Grunde nichts gewonnen, hast auch nicht hier irgendwie das Geld vorab zahlen müssen, geht es im Großen und Ganzen hier zum Gärme Ungunsten aus, müsstest du an der Stelle die Steuerbelastung plus Zinsen zahlen. Dementsprechend hier der Hinweis auf die Zinsthematik. Worst Case, und das erwähne ich explizit, weil ich es in den Beratungsgesprächen auch jetzt in letzter Zeit hatte und das vor allem auch in einigen Foren und sogar von einigen Kollegen auch hier im Internet empfohlen worden ist, Worst Case ist, Steuererklärung nicht abgeben. In den meisten Termingeschäftsfällen ist es so, dass du ja hier in dem Bereich auf ausländischen Depots unterwegs bist. Ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, weil die Steuerhinterziehung mit irgendwelchen Brokern in Verbindung bringen, ist, sag ich mal, immer kritisch. Aber gehen wir davon aus, du hast hier einen Broker, der im Ausland ist und würdest dort im Großen und Ganzen dann traden. Ja, das Finanzamt hat natürlich hier nicht die Möglichkeit mit der Kapitalertragsteuer und was hier alles der Fall ist bei einem deutschen Broker. Fakt ist aber, wenn du bei einem ausländischen Broker unterwegs bist, dann bist du hier im Bereich der ganz einfach Steuerhinterziehung, wenn du es nicht abgibst. Und dementsprechend wären hier Zinsen, Kosten, Strafen usw. wesentlich höher, als wenn die Steuererklärung abgibst. Finanziell kann ich natürlich die Worst Case beides leider ruinieren, muss man auch ansprechen. Aber Fakt ist an der Stelle, du solltest die Steuererklärung definitiv abgeben, Einspruch einlegen und im besten Fall Steuern zahlen oder aussetzen lassen. Ganz wichtig, wenn du sagst, ja, aber der Broker ist ja im Ausland. Auch hier bitte ganz vorsichtig sein. Alle diese Broker sind bei irgendeiner Behörde nicht lizenziert, sondern haben da, sag ich mal, rechtliche, ja, sag ich mal, Vorgaben, wie z.B. Bafin-Lizenzierung oder z.B. ISCC, also sprich bei der amerikanischen Behörde. Alle diese Behörden müssen, damit sie am Markt aktiv sein dürfen, ihre Daten auch den deutschen Finanzen bereitstellen. Und das gab es in der Vergangenheit schon so oft, dass z.B. hier ganz einfach, ja, Broker aus Lichtenstein, Luxemburg, der Schweiz, plötzlich Daten ans deutsche Finanzen übermittelt haben oder die Steuer-CDs, die es damals gab, und plötzlich bist du in einem Steuer-Strafverfahren. Ganz wichtig, bitte sei hier vorsichtig und gebe definitiv, wenn du den Fall hast, eine Steuerklang ab. Einspruch einlegen, Steuer zahlen oder aussetzen lassen und dann bist du am besten hier geschützt. Und wenn es natürlich hier News gibt zu diesem Thema, dann nicht vergessen, lass natürlich ein Abo da. Und auch ganz wichtig, wir werden dich auf dem neuesten Stand halten, wenn sich was tut. Ich hoffe, es tut sich 2023 was, denn diese Regelung ist schon wirklich an den Haaren herbeigezogen. Wenn du auch gegen diese Verlustverrechnung bist, dann lass auch mal einen Daumen nach oben da.